Bitte, 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 bitte. Macht ready, verdammt nochmal. Nee, ich warte darauf, dass der Typ ja ready macht. Hat er ready gemacht. So, ready. Mhm, ganz raffiniert. Was denn? Man weiß ja nie. Aber ich glaub, ich bin immer noch Jake, oder? Nein. War's Clodet. War's Clodet. Weil, warte ich, wurde ich ihm so als Jake angezeigt. Na, krass. Aber du bist Clodet. Bist die kleine Maus. Sehr raffiniert. Ich bin die erste, die gleich liegt, deswegen. Ist das so. Er hat gesagt, alle hat die 37er Clodet. Die sind ja schon immer im Dorn im Auge gewesen. Warum ist der voll immer Clodet? Mäh! You involved. Oh, ich hab mir noch die Taschenlappe dabei. Scheiße. Auf dem Hügel neben Haken. Dankeschön. Also, ich bin direkt am Tor. Oh, das ist der Hillebille. Der Hillebille. Eh. Oh mein Gott, das hat mir vorbei gechargt. Ist doch gut. Züger. Hörsturz. Blutest du aus den Ohren oder was wieder? Wie bitte? Blutest du wieder aus den Ohren? Hm. Alex, das kann recht schrill sein, wenn sie möchte. Hm. Dass du das noch nicht als Waffe benutzt hast. Zum Tamen benutze ich das. Hm. Besser als ein Klippel. Ah! Scheiße, nein! Nooo. Scheiß. Gehe ich halt zum nächsten Generator und fang den an. Hat er dich verloren? Guck gerade in meine Richtung, aber... Ich bin gerade hier bei den Baustämmen. Baumstämmen, also. Ja. Ich finde gerade das Zeh nicht zum Crouchen. Versteht mich? Mach ich halt den Haken. Oh ne, warte, ich helfe mal der Bara. Hallo, Bara. Oh, ich hümpel, ich hümpel. Ist er bei euch noch? Nein. Ist keiner, bei den Baumstämmen. Warte mal, Kali, hör auf, hör auf, hör auf. Hör auf! Oh! Oh, jetzt können wir weiter machen. Hat er guckt in meine Richtung? Hattest du gerade einen Generator gemacht? Ja. Ich weiß nicht, den blenden können. Mit einer Taschenhandel. So, ähm, er guckt auch nicht irgendwie, äh, rum, oder? Also... Er ist gerade wieder an mir vorbei gerannt. Weißt? Bandiere läuft er vorbei. Bei mir... Bei mir, äh... Ich bin... Ich steh irgendwo auf einmal... Er guckt kurz rein, geht wieder weg und dann guckt er wieder so... Oh, ich kann dich doch töten. Scheiße. Ich bin in der Reihe. Ich bin in der Reihe. Also bisher bin ich mit dem Killer sehr zufrieden. Ich bin in der Reihe. Ich bin in der Reihe. Ich bin in der Reihe. Wir kennen sie gerade. Oh, nein. Er kommt zu mir. Du bist wo? Sonst wird an den Eintor. Gott sei Dank nicht da ruhig. Ist er schon offen, oder? Ja, er ist offen. Ich bin auch raus hier. Er wollte gerade mit der Kettzieger ranchargen, aber ging noch. Das andere ist jetzt auch gleich offen. Nee, jetzt kämmt der da. Ach, scheiße. Und ich steck hier fest. Ja, super. Geil. Ich geh. Bye. Marien, was ist los? Ja. In der Wand, oder was? Nee, Marien, rennt raus. Ist er fertig? Ja. Alle beim Tor? Nee, ich bin doch bei keinem Tor. Dann warte ich auf dich. Ja, die... Karli stand doch halt bei der Hedge, oder nicht? Nee, ich bin nicht... Ich geh nicht durch die Hedge. Nein. Ich suche das andere Tor. Wo ist das eigentlich? Weil ich geh nicht zu dem raus, wo er... Links hinter dem Holzstapel ist das, wo Marien gerade rausgegangen ist. Das andere weiß ich nicht. Links. Links. Nee, rechts meine ich. Rechts, rechts, rechts. Oh, scheiße. Ich mit meiner Rechts-Links-Schwäche. Links. Müsste da eigentlich sein. Links jetzt. Links. Links. Aufpassen, aber da kommt er jetzt, oder? Das Tor ist links, oder? Nee, doch. Ja. Rechts. Ja, ja. Rechts. Rechts. Fahrer, ganz links. Ich laufe einfach mal rechts, ne? Ich geh jetzt einfach mal raus. Ja, geh doch mal raus. Wega, du Sauhund. Du hast die meisten Punkte. Echt? Ja. Na, warte mal Marien ab. Okay. Ja, ich hab ja auch reichlich Generatoren gemacht. Fröhlich gelootet. Leute in Echse geschubst. Oh. Bio. Hm. Mhm. 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 Mhm.